so Und dann kann ich das Ding natürlich ... ordentlich ... verfeinern. Achso. Okay. Verfeinerung. Zurück. Verfeinerung. Hm. 10% 18% Das ist das selbe. 21% 24% Aktuelles Verfeinerungsgrad Limit erreicht. Mehr geht nicht. Ja, Hain wollte ich sowieso auch behalten. So, dann brauchen wir einen Aufstieg. Da habe ich alles. Das ist gut. Ja, dann können wir weiter verstärken. Warum kann ich da nicht einfach halten? Ich muss für jedes Ding, muss ich drücken. Ich muss für jedes Ding, muss ich drücken. Okay. Das hat das. 271 ist doch nicht schlecht. Und hier hat 151. Das ist sogar noch besser. Ja, eben durch die, ähm ... extra ... Und sie hat jetzt den Reflexbogen. Sie selbst hat ja noch eine Stufe 1. Das sehe ich ja noch gar nicht. Was sind denn die Geräusche? Wie eine kaputte Katze. Ah, vertrocknet. Oh, haben wir halt noch 19. So, dann brauchen wir natürlich noch ein paar Artefakte. Fangen wir mal den links an. Ich hätte da die verbannten. Erhöht die Aufladerate. Mann, ist interessant. Wanderarzt. Kameradschaft. Aufladerad. Angriff. Wanderarzt. Wanderarzt. Ich hätte noch mal Glück. Und das hier ist Berserker. Ah, dann haben wir noch ein Glück. Einmal Glück. Dann haben wir hier eine Kampfkünstler-Federschmuck. Oh, das ist eh nicht schlecht. Dann gucken wir mal, ob ich hier noch ein Glück habe. Und dann bräuchte ich noch zwei Abenteuer. mit drei Mal. Hm, da hab ich auch noch mal Glück. Und das ist... auch noch mal Glück. Abenteurer habe ich nicht so viel, naja, da, ein Einsam, du siehst doch, wa? Dann nehme ich hier den Glück und nehme hier den Glück wieder zurück und dann Abenteurer. Das ist doch Wanderarzt, ja sehr klar. Abenteurer. Davon habe ich immer wenig. So, ein Abenteurer, zwei Glück, aber jetzt muss ich hier noch einen Abenteurer wählen. Kopfstuch, das haben wir schon, aber hier haben wir noch eins. Das heißt, wir haben zwei Abenteurer und wir haben zwei Glückspils. Das stellt beim Sammeln von Mora 300 LP wieder her. Das ist natürlich auch nicht schlecht, oder? Hm. Dann würde ich aber die 1000 LP, ich glaube, das ist ziemlich das Wichtigste. Zumindest am Anfang. Und später kann man dann auf Glück gehen. Auf hier mal Glück. Und dann muss man darauf achten, wie Mora, Moria gesammelt wird. Sternbild. Ja Katze, hört ja auch an wie eine kaputte Katze. Ähm, Daten, Stimme... Wöppwöppwöppwöp. So, dann lass mich die Maus probieren. Truppe! Mensch, was ist denn noch raus? Die Lisa wird mal irgendwie schnell ausmachen. Die Lisa will ich wechseln mit... Das geht doch schnell genug, ja. Die ist doch in der Stufe 19. Neh, das ist ja komisch. Der Zwerg. Die hat Frust, ne? Ja, das geht doch mal ein bisschen. Die können mal irgendwo hin, wo es nicht so schwierig ist. Ich hätte gerne die... Oh! Miet, miet! Oh, wie ist die auch süß mit ihrem Schwätzchen. Guck mal, da gibts einer. Kiste! Irgendwie Zeug einzusammeln, auch interessant. Zoraia! 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 Lass mich jetzt nicht samen president drauf 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 drauf. Drei Ganze milliseconds aufsteh! yaş colouredotine, ne? Drei aproétan. Tatsächlich lange dauern beim identificieren? Drei Dank. Z wäre ansonsten. Wow! Weg, uns zu spiel, Oh, oh, oh. Wenn es ein Schatz gäbe... ... 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 der städter nicht so an scheiß da sich ein und auf der anderen weide dürfen die ruhig durchwenden das ist unfair das spiel ist unfair das bevorzugt die die computerspieler und wer stinkt nach betrug und 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 Ich bin so schön hier, die Idioten dann nicht mehr. Ich habe ja die Elik-Coding-Ambition. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. diese magie hauen ganz schön zu eigentlich wollte ich ja was einfacheres erstmal irgendwohin da zum beispiel da wirst du auch gleich oder alle werden sie geheilt na da fährt da nix ja 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 Ich geh immer hier in die Richtung, der Teleporto. Ich geh immer hier in die Richtung, der Teleporto, der Teleporto. Ich hoffe, ich lande da nicht mitten im Dorf. Ich geh immer hier in die Richtung, der Teleporto, der Teleporto. Und immer höher und höher. Sprunghaftes Kätzchen ist das. Hüpf, hüpf, hüpf. Flink. Schau, ich bin zuhause angekommen. So, aber eigentlich will ich ja. Da ist der Teleporto. Da ist bestimmt der ganz oben, der Teleporto. Ja. Da ist jeder so ein bisschen rot. Dann wo guckt man denn da hoch? Hier seh ich gar keinen Absatz. Man könnte versuchen da drauf zu kommen, dann rüber oder hin hier. Oder noch. Hmm. Ich würd's mal versuchen hier hin. Ich würd's mal gucken. Ich würd's mal gucken. Ich würd's mal gucken, was da versteckt ist. Ich würd's mal gucken. Komm. Hau drauf. jetzt hoch und da wird ein Absatz und da wird ein Absatz Ich seh sie ja gar nicht mehr. Wo ist sie denn jetzt? Hallo, Spiel. Ich seh nichts mehr. Was soll der Blödsinn? Was soll der da Blödsinn? Ich will mir ganz unten. Absatz. Ausruhen. 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 Sehr hoch. Da wird sie dann möglich. Ich glaube, das Gespränge kostet doch ziemlich viel Kraft. Hey. Jetzt hab ich hier so einen Überhang. Ich kann nicht mehr lang gehen. Vorsichtig. Ich kann ja vielleicht mal die Sache da unten untersuchen. Ich kann es nicht mehr machen. Ach. Oh. Huh. 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 Lustiger. Genau, ich habe mein Handy. Was muss ich denn jetzt mit Eis beschießen? Das macht ja nicht viel aus. Mhm. Bombe ist platierend. Das hat auch Mora gebraucht. Das hat auch Mora gebraucht. Da fährt man immer noch schon öfter mal. Ist ja egal wie viel. Aber. Das bringt dann jedes Mal. 300 EP. Das ist ganz schön viel. Ne. Es kommt drauf an. Wenn man 10% ist natürlich mehr, wenn man 15.000 EP's hat. Da braucht man schon wieder wenig. So. Den Teleportationspunkt haben wir auch. Oh. Oh. Oh mein. Booster Ball. Oh. 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 Booster Blumen. Das ist eine. Na. Da bin ich dann heute auch noch mal raus. So. Jetzt bin ich hier. Das ist. Oh ne Grone Ponze. Ah. Oh.